Hallo und herzlich willkommen hier zu Hebraica Veritas, Folge 23. Nach längerer Pause geht es nun endlich weiter, und zwar mit weiteren Verbalformen. In den letzten beiden Episoden, wir befinden uns ja immer noch beim Verb, hatten wir uns die beiden Konjugationsklassen angeschaut, die Aka und die Peka. Und nun in der heutigen Folge soll es noch um ein paar weitere Verbformen gehen, die auch häufig vorkommen, zu denen es aber jetzt insgesamt eigentlich nicht so viel zu sagen gibt, als dass es lohnen würde, da eine eigene Folge jeweils für zu drehen. Deswegen gehen wir die alle in einer Folge durch. Und zum weiteren Verlauf, also nach dieser Folge, werden wir uns dann die verschiedenen Stämme der Verben anschauen, nifalhifil und so weiter, dann noch ein bisschen die Verbschwächen betrachten und ganz zum Schluss vielleicht dann noch ein, zwei Folgen zur Syntax. Wer sich ein bisschen mit der deutschen Grammatik auskennt oder auch mit der englischen, lateinischen, wie auch immer, wird schnell merken, dass es die meisten dieser Formen eigentlich auch im Deutschen gibt, zumindest ihrer Funktion nach, macht ja auch Sinn. Denn jede Sprache hat nun mal gewisse Sachen, die ausgedrückt werden müssen und die werden ausgedrückt auf bestimmte Weise durch bestimmte Formen und wie diese fünf, sechs Formen im Hebräischen gebildet werden, das werden wir jetzt in der heutigen Folge sehen und auch gucken, welche Besonderheiten es dazu gibt. Der Yusif, das ist eine Aufforderung, sowas wie er soll gehen, an eine dritte Person gerichtet, etwas weniger direkt als die nächste Form, der Imperativ, der direkt sagt, geh. Der Vetativ und der Prohibitiv sind jeweils verneinte Formen davon, also geh nicht zum Beispiel. Den Infinitiv kennen wir auch aus dem Deutschen, gehen einfach, die Grundform, wenn man so möchte. Und das Partizip, gehend, ist also eine Art Kombination aus Verb und Adjektiv. Gibt es auch im Deutschen, gibt es in vielen anderen Sprachen auch, und so auch im Hebräischen. Alle Formen, die jetzt in den weiteren Folien kommen werden, beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Kal, also auf den Grundstamm. Die weiteren Stämme, wie gesagt, kommen ja erst noch, deswegen, sofern nicht anders angegeben, beziehen sich diese Formen, die jetzt heute drankommen, auf den Kal und eventuell auftretende Besonderheiten werden dann in den Folgen zu den jeweiligen Stämmen betrachtet. Nun fangen wir an, erstmal mit dem Yusif. Dabei handelt es sich um eine Aufforderung oder eine Bitte an die zweite oder dritte Person. Formal betrachtet handelt es sich beim Yusif um das sogenannte Imperfekt oder PK-Kurzform. Also, das Imperfekt haben wir ja schon betrachtet, und davon gibt es eine Langform und eine Kurzform. Das Ding ist aber, meistens kann man Langform und Kurzform nicht voneinander unterscheiden. Die sind eigentlich immer gleich. Das heißt, der Yusif, wenn der Yusif definiert ist als Imperfekt-Kurzform, ist der und Kurzform und Langform immer gleich sind oder fast immer gleich aussehen, dann ist der Yusif formal gesehen in den meisten Fällen identisch mit dem Indikativ. Das heißt, wenn wir die Form einfach so nehmen, aus dem Kontext herausgerissen, können wir in vielen Fällen gar nicht sagen, ob es sich jetzt um einen Indikativ, also um eine Aussage, oder um einen Yusif, also eine Aufforderung handelt. Eine Ausnahme davon gibt es, nämlich im Hif-Ial. Im Hif-Ial sind Kurzform und Langform nämlich durchaus zu unterscheiden. Schauen wir aber erst nochmal das Beispiel aus dem Kal an. Yik-Tol, das ist ja die ganz normale Form, wie wir sie kennen, aus dem Imperfekt, also er wird töten, kann aber je nach Kontext auch als Yusif aufgefasst werden. Er soll töten. Da kommt es also wirklich auf den Kontext an. Wir können es, wenn wir nur die Form sehen, Yik-Tol, können wir nicht sagen, ob es ein Yusif oder ein Indikativ ist, denn Kurzform und Langform sehen da genau gleich aus. Anders ist es, wie gesagt, im Hif-Ial. Also im Causativ-Stamm, dazu kommen wir dann ja noch. Da kann man den Unterschied schön sehen an den beiden Formen, die ich hier aufgeführt habe. Einmal gibt es Yaktil, das ist der Indikativ, das ist die PK-Lang-Form und die Kurzform, worum es jetzt also geht, der Yusif. Nun, der sieht kürzer aus. Da haben wir kein I. Das I hier, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, dieses I zwischen dem zweiten und dem dritten Wurzelkonsonanten ist ja das Charakteristikum für ein Hif-Ial und in der Kurzform ist das wieder weg. Und dann können wir sagen, wenn es ja trotzdem ein Präformativ hier hat, das Präformativ der Präformativ-Konjugation, hat aber kein I, ist also kürzer als der Indikativ, kürzer als die Langform, dann ist es PK-Kurzform und somit ein Yusif. Also müssen wir übersetzen, er soll töten lassen. Manchmal, viele Leute haben da so ein bisschen Angst vor dem Yusif mit PK-Kurzform, PK-Langform, weil man das irgendwie durcheinander bringen kann. Aber im Grunde genommen ist es ja recht einfach. Man muss sich einfach merken, normalerweise in den meisten Fällen kann man es nur vom Kontext her entscheiden. Vom Kontext kann man es aber meistens auch relativ gut entscheiden. Man sieht ja, ob jemand mit jemand anderem redet oder ob es sich um eine Erzählung handelt. Also in einer Erzählung wird ja kein Yusif vorkommen, sondern eher in einer wörtlichen Rede. Aber im Hifil können wir es eben unterscheiden. Entweder mit I, dann ist es Langform, dann ist es Indikativ. Er wird töten lassen. Oder ohne I, dann ist es Kurzform, dann ist es der Yusif. Er soll töten lassen. Stärker als der Yusif ist der Imperativ. Den gibt es ja so auch genau bei uns. Da muss ich zur Funktion, glaube ich, nicht viel zu sagen. Zur Bildung gibt es da einen schönen Merksatz, nämlich Imperativ gleich Präformativ-Konjugation ohne Präformativ. Wir sehen jetzt schon, wie wichtig es ist, die Präformativ-Konjugation zu kennen. Denn von der PK abgeleitet ist eben nicht nur der Yusif, den wir gerade hatten, sondern auch so gesehen der Imperativ. Denn der Imperativ hat von den Konsonanten her einfach die Form der PK ohne das P sozusagen, ohne das Präformativ. Zum Beispiel Tik-Tol wäre ganz normal die PK-Form. Streichen wir das Präformativ ab, bleibt Ketol übrig. Logischerweise gibt es den Imperativ nur in der zweiten Person, jeweils Singular und Plural, Maskulinum und Femininum. Und die Formen sind dann im Einzelnen Ketol, Ketli. Da gibt es eine kleine Lautveränderung im Vergleich zur Präformativ-Form. Nach Abstreichen des Konsonanten, nach Abstreichen des Präformativs, das ist einfach eine kleine Vokalveränderung, weswegen es dann hier zum I kommt. Aber von den Konsonanten ist es ja genau das Gleiche. Also hier vor können wir uns noch in Taf denken und dann streichen wir das ab. Und dann haben wir aus der PK wieder den Imperativ gemacht. Im Plural dann ganz entsprechend, wie bei der PK, im Maskulinum hier ein U drangehängt, Ketlu, und zweite Femininum, Pluralimperativ, Ketolna. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Interessant ist die Verneinung. Wenn wir also jetzt gerade hatten wir Yusif und Imperativ als Aufforderungsformen. Wichtig ist da aber zu sagen, dass das nur positive Aufforderungsformen sind. Also wenn jemand was machen soll. Wenn jemand was nicht machen soll, dann ist es ein bisschen tricky. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Formen. Nämlich einmal den Vetitiv und den Prohibitiv. Fangen wir mal mit dem Vetitiv an. Formal gesehen handelt es sich dabei um eine verneinte PK-Kurzform. Man kann also auch eigentlich sagen, um einen verneinten Yusif. Wie wir die PK-Kurzform erkennen, oder in den meisten Fällen auch nicht erkennen, haben wir gerade beim Yusif auch schon gesehen. Und der Vetitiv wird nun gebildet, indem vor diese PK-Kurzform noch ein All gesetzt wird. Also, Asar, das Verb Asar, heißt tun, machen. Dann haben wir Ta-As, Ta-As. Zusammen mit All davor. All, Ta-As. Tur nicht. Das Tav vorne gibt uns die zweite Person Singular an. Und das All ist die Verneinung. Tur nicht. Der Yusif ist in den meisten Fällen, wie wir gesehen haben, außer im Hifil leicht mit dem Indikativ zu verwechseln. Für die Verneinung gilt das jetzt eigentlich so nicht, denn für die Verneinung gibt es eine Extraform im Indikativ. Der wird nämlich nicht mit All, sondern mit Lo verneint. Da muss man auch aufpassen, denn beide haben blöderweise die selben Konsonanten, Lamed und Aleph. Einmal ist es Lamed, Aleph, einmal ist es Aleph, Lamed. Aber der Indikativ wird eben mit Lo verneint. Der Yusif, oder die Kurzform, also der Vetitiv, die verneinte Aufforderung, mit All. Wenn wir also sehen, die Form Lo Asar, da haben wir wieder Tun, Machen, nun aber mit Lo, dann wissen wir, es ist, hier handelt es sich um ein Indikativ, er hat nicht getan, in einer Erzählung zum Beispiel. Dann gibt es aber noch den Prohibitiv, und bei dem handelt es sich um ein absolutes Verbot. Etwas, also was eigentlich stärker ist noch als der Vetitiv, und der wird gebildet, eigentlich ähnlich wie der verneinte Indikativ, nämlich mit Lo plus Imperfekt, also ganz normal, Lo plus PK, Langform also. Zum Beispiel, Lo, Tertsach, du wirst nicht töten, in den Zehn Geboten, Exodus 20. Da sieht man eigentlich schon, wie eng diese beiden Fälle hier miteinander zusammenhängen. also, es ist ja eigentlich, wenn man sich das mal so anschaut, wäre es hier der zweite Fall. Indikativ wird mit Lo verneint. Wir haben ja, das ist ja ein Indikativ eigentlich, Tertsach. Durch das Lo verneinen wir ihn, und sagen, du wirst nicht töten, heißt es ganz wörtlich. Und da sehen wir jetzt aber, ähm, die Vehemenz, mit der diese Forderung des Verbots zum Ausdruck gebracht wird, denn du wirst nicht töten, ist ja eigentlich eine futurische Aussage, bringt aber damit gewissermaßen auch die Bestimmung auf den Punkt, äh, mit der das Ganze dann verboten wird. Also, du wirst nicht töten, heißt, töte nicht. Das, ähm, das gleiche Prinzip haben wir eigentlich auch im Deutschen, wenn man irgendwie zornig auf jemanden ist, und der hat irgendwas Böses angekündigt, oder so, und dann sagt man, nein, das wirst du nicht tun. Und das ist eigentlich genauso wie hier, du wirst nicht töten, oder töte nicht. Der Prohibitiv, das absolute Verbot, was einfach, ähm, die Absolutheit dieses Verbots wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass es mit dem Imperfekt, also mit der eigentlichen Aussageform, sozusagen gebildet wird, äh, mit der Verneinung Low, die ja dem Indikativ, also auch der Aussageform, normalerweise zugerechnet ist. Im Unterschied zum etwas schwächer ausfallenden Vtiv, dem verneinten Yusif, der mit All verneint wird. Vtiv und Prohibitiv, Low und All, ehrlich gesagt, ich bringe das auch ab und zu durcheinander, äh, weil die sich einfach so ähnlich sind, aber im Grunde genommen, für die Übersetzung spielt es auch keine Rolle, ist es jetzt nicht so wichtig, wenn man die beiden mal durcheinander wirft, denn wir übersetzen es in beiden Fällen eigentlich immer mit einem Imperativ, der verneint ist. also tue nicht oder töte nicht, das ist jetzt im Deutschen ja kein Unterschied, von daher ist es eigentlich wichtiger, das mal gehört zu haben, den Unterschied zu kennen, für die Analyse oder für die Exegese, aber für die Übersetzung ist das jetzt im Grunde genommen nicht besonders relevant. Dann kommen wir zum Infinitiv, den gibt es ja auch im Deutschen, anders als im Deutschen gibt es im Hebräischen allerdings zwei Infinitive, den sogenannten Infinitivus Konstruktus und den Infinitivus Absolutus. Konstruktus und Absolutus, diese Wörter kennen wir ja schon von der Nominal-Syntax und genauso verhält es sich eigentlich auch bei den Infinitiven. Der Infinitiv Konstruktus bezieht sich eigentlich immer auf etwas anderes, deswegen ist er ja konstruiert sozusagen auf etwas anderes hin, wohingegen der Infinitivus Absolutus Absolut steht für sich allein genommen und dadurch auch sehr flexibel ist. sehr flexibel ist. Der Infinitivus Konstruktus entspricht dabei meistens dem deutschen Infinitiv, so wie wir ihn benutzen und tritt sehr häufig in Kombination mit L auf, mit L amit und das heißt dann zum Beispiel um zu bewahren. Lischmor. Schmor, der Infinitiv mit dem L amit davor, um zu, das kann man sich einfach merken. L amit plus Infinitiv Konstruktus um zu und dann ja, das ist eigentlich genau die Entsprechung wie bei uns. Da ist es ja auch so, wir haben immer dieses um zu plus Infinitiv und das ist im Hebräischen eben L amit plus Infinitiv. Der Infinitivus Absolutus hingegen, den haben wir, für den gibt es jetzt so im Deutschen keine Entsprechung, der ist nochmal besonders nachdrücklich und kann eigentlich eine beliebige finite Form ersetzen. Also jegliche mögliche Verbform kann im Grunde genommen durch ein Infinitivus Absolutus ersetzt werden und wenn dies geschieht, dann hat das natürlich auch eine besondere nachdrückliche Wirkung. Auch die, das für die Poesie, wenn man zum Beispiel in einem Psalmen liest, relevante Stilmittel der sogenannten Figura Etymologica wird mit dem Infinitivus Absolutus gebildet. Figura Etymologica bedeutet, man benutzt zweimal dasselbe Verb in unterschiedlichen Formen und eine davon ist dann der Absolutus. Zum Beispiel hier Ki Maloch Timloch da haben wir das Verb Malach wir kennen ja Mellich, den König, das Substantiv dazu gibt es auch ein Verb Malach König sein oder König werden und Maloch das ist der Infinitiv Absolutus und Timloch das ist die normale finite Form und das übersetzt man dann zum Beispiel auch als nachdrückliche Steigerung Bekräftigung oder dergleichen zum Beispiel du wirst gewiss König werden also eine wörtliche Übersetzung zu finden für den Absolutus ist manchmal gar nicht so einfach da muss man dann ein bisschen in die Trickkiste der guten Übersetzung greifen denn eine gute Übersetzung zeichnet sich ja immer dadurch aus dass sie auch für die Zielsprache gut geeignet ist gehen wir aber auch nochmal jetzt im Detail auf den Infinitivus Constructus ein wie wird er gebildet meistens entspricht er einfach der zweiten Person Singular Maskulinum im Imperativ also Imperativ erinnern wir uns ja war pk minus p und genau so ist es hier auch getoll das ist also eine kleine simple Form im Kontext aber auch meist ganz gut zu erkennen und was ich gerade mit dem Lamed schon angedeutet habe häufig tritt der Infinitivus Constructus in Verbindung mit Präpositionen auf wie zum Beispiel Lamed Bet oder auch einem Kaf da muss man dann einfach die Bedeutung der Präposition mit dem Infinitiv verbinden macht eigentlich keine größeren Schwierigkeiten ich habe diese Beispiele jetzt hier mal so isoliert drauf geschrieben aber am besten erkennt man das dann eigentlich auch im Text selbst im Kontext das ist ja wenn es eine große Lehre vielleicht gibt aus meinem ganzen Kurs hier dann ist es dass man Hebräisch eigentlich im Kontext immer lesen muss und am besten auch lernen muss also wenn ihr Hebräisch lernen wollt dann sind diese Grammatik Vorlesungen die ich als Hilfestellung anbiete eigentlich nur als erste Anregung gedacht um dann wirklich selbst in den Text zu gehen selbst die Texte zu studieren denn nur da lernt man wirklich Hebräisch der Infinitivus Absolutus kann man den kann man meistens schön erkennen an der Lautfolge AO wie in Absolutus das finde ich ein schöner Merkspruch also zum Beispiel sieht er dann eben aus so wie Kartol und ich habe ja gesagt er kann jede finite Verbform ersetzen also töten oder töte töten wie auch immer auch hier kommt es auf den Kontext an man kann also sagen der Infinitivus Absolutus verhält sich im Grunde genommen wie ein Joker da kann man alles beliebige für einsetzen als Beispiel haben wir hier eine kleine Sentenz aus Deuteronomium 14 Auf das er esse O das heißt oder kann man sich auch schön merken eigentlich O heißt oder da haben wir jetzt hier schön den Infinitiv erkennbar bedeutet Verkaufen und hier haben wir es jetzt zum Beispiel als Konjunktiv übersetzt also merken wir uns einfach Infinitiv Konstruktus meistens mit Lamed bedeutet dann um zu und übersetzen wir wie den deutschen Infinitiv Infinitivus Absolutus können wir mit jeder beliebigen Form übersetzen da müssen wir dann eben schauen was im Kontext angemessen ist dann haben wir zum Schluss noch das Partizip das gibt es ja auch im Deutschen und zwar in Aktiv und Passiv auch im Deutschen gibt es Partizip Aktiv und Partizip Passiv wenn wir von Töten ausgehen wäre das Tötend oder Substantiviert ein Tötender und Passiv getötet beziehungsweise Substantivisch ein Getöteter von der Lautfolge her kann man das Partizip eigentlich auch immer schön erkennen nämlich im Aktiv OE Kotel und im Passiv AU Katul es gibt ja immer diese Lautfolgen die werden uns bei den Verbstämmen und Schwächen auch noch öfters begegnen immer gibt es solche charakteristischen Lautfolgen an denen man in vielen vielen Fällen dann schon gleich auf einen Blick erkennen kann um welche Form es sich handelt wenn man sich eben diese Lautform mal einmal eingeprägt hat also zum Beispiel Infinitiv Absolutus AO weiß ich also immer wenn ich Kartol sehe habe ich ein Infinitivus Absolutus sehe ich OE wie in Kotel habe ich ein Partizip Aktiv sehe ich AU wie in Kartul habe ich ein Partizip Passiv dafür gibt es auch noch eine schöne Merkhilfe nämlich den Namen des Paulus beziehungsweise eigentlich hieß er ja Saulus auf Hebräisch Shaul hier hören wir auch AU kommt von Shaal bedeutet wünschen also ist Paulus oder Saulus eigentlich der gewünschte das gewünschte Kind haben seine Eltern also bekommen im Gegensatz zu den endogermanischen Sprachen ist das Partizip im Hebräischen allerdings zeitlich unbestimmt kann also sowohl sich auf die Vergangenheit Gegenwart oder Zukunft beziehen auch hier kommt es dann eigentlich wieder auf den Kontext an diese zeitliche Unbestimmtheit des Partizips können wir hier schön an zwei Beispielen aus der Genesis sehen da haben wir einmal das Partizip aktiv schön zu erkennen an OE Jo Schäf von Sitzen also er saß und im Kontext der Erzählung ist weil es ist ja eigentlich ein Partizip also Sitzend er Sitzend am Eingang des Zeltes könnte man also ganz wörtlich übersetzen aber das ist natürlich kein schönes Deutsch und deswegen machen wir es dann einfach setzen wir es sozusagen in die Vergangenheit weil der Kontext das ganze Setting eben in der Vergangenheit ist Jo Schäf und er saß dann sehen wir also aus dem Partizip kann dann in der Übersetzung durchaus eine finite Form wieder werden genauso auch im zweiten Beispiel hast schon mehr da haben wir wieder OE schön erkennbar die Lautfolge wir haben also ein Partizip aktiv nun geht es aber das gibt uns der Kontext der Erzählung an um die Zukunft und wiederum wörtlich wäre es dann also jeder hörend wird über mich lachen das können wir im Deutschen jetzt aber nicht so ohne weiteres sagen dass es sich auch noch schön anhört deswegen machen wir da auch einfach ein infinites Verb draus und müssen es dann vom Setting vom Kontext her auch an seine Umgebung anpassen also auch ins Futur setzen jeder der es hören wird wird über mich lachen und zur Flektion schlussendlich kann man ganz einfach sagen das Partizip wird flektiert wie ein Nomen macht ja auch Sinn denn Partizip das bedeutet ja Teilhaben sozusagen und zwar Teilhaben an den Eigenschaften des Verbs aber auch an den Eigenschaften des Nomens und an der Eigenschaft des Verbs hat es dadurch Teil durch den durch die Semantik sozusagen also tötend töten der Inhalt des Verbes kommt sozusagen vom äh wird aufs Partizip übertragen und vom Nomen kommt die Flektion also die Einbindung des Ganzen als Wort in den Satz und deswegen können wir uns da dann orientieren an der Nominalflexion und zum Beispiel es gibt viele Partizipien im Femininum die dann aussehen wie so ein Segulatum mit Taf am Ende schön fürs Femininum aber auch hier nun ist es ein Ä aber im Grunde genommen O Ä Co Tellet sieht man ja auch hier wieder schön die Lautfolge ein bisschen angepasst abgewandelt und wird eben behandelt in der Flektion wie ein Nomen und da es da ja nicht so viele Formen gab sind die eigentlich auch schön zu erkennen die zu den Partizipien da werden wir bei den Stämmen auch nochmal drauf zurückkommen wie die im Einzelnen gebildet werden aber das ist dann sozusagen jetzt schon ein kleiner Vorausblick auf die nächste Folge und ich hoffe die wird dann auch in nicht allzu ferner Zukunft für euch zur Verfügung stehen und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen auch für eure Geduld und wünsche guten Lernerfolg und dann